lag einfach daran, dass Hannover relativ früh in Führung ging und Kaiserslautern wirklich überhaupt gar keine Schnitte hatte. Und dementsprechend kriegst du auch 8.000 Lauterer nicht motiviert, da am Rad zu drehen. Das änderte sich aber wirklich alles erst mal mit dem Halbzeitspiel. Es gab ein Halbzeitspiel. Und das ist irgendwie selten geworden, diese Halbzeitspiele, diese Pausenspiele. Vermisse ich auch ein bisschen. Natürlich, das wollen wir haben. Wir wollen das Event. Wenn in Dortmund jemand wieder jemand zuhört, der das organisiert, ey, macht wieder dieses Busrennen. Das war euer Vorrang. Das Busrennen, großartig. Das Busrennen, wo ist das Busrennen? Um mal die Leute abzuholen. Es waren, glaube ich, man musste ein Team bilden aus 5, 6 Leuten, oder? Ich hätte 4 gesagt, ja, keine Ahnung. 4, 5 Leuten. Beide Mannschaften, also du musstest ein Team bilden. Also Borussia Dortmund hatte ein Team und dein Gegner, Hannover zum Beispiel. Und dann warst du ein Bus, der quasi zum Mittelkreis laufen musste. Dann hat dein Teamleader dann gesagt, komm Freddy, Bus bauen. Und dann ging es los. Kennst du das nicht? Nein. Komm, Freddy, Bus bauen, kennst du dich? Nein, kenn ich nicht. Ich lache einfach mit. Ein paar werden mitlachen. Was ist das von? Gibt es bei YouTube einen? Komm, Freddy, Bus bauen. Wo war die Schwierigkeit? Nur der Vorderrad hat was gesehen. Die Hinteren waren in dieser Bushülle. Ja, ja, da sind die so ein bisschen schief auch immer gelaufen. Das war dann super witzig. Ach ja, man war blind, ne? Ja, man war blind. Man war quasi blind. Man war blind. Ja. Ah, stimmt. Und ja, in Hannover gibt es weiterhin Halbzeitspiele. Und zwar der unmögliche Superschuss. Und ich habe es mir wirklich aufgeschrieben in meinen Notizen. Unmögliche Superschuss klingt wie so ein japanischer Anime-Zeichentrickfilm. Ja, ja, das klingt wie diese Kickers und was da immer lief, ne? Der hat einer den unmöglichen Superschuss. Ja, ja, genau. Da gab es so einen Dreiergespanne. Einer hatte den unmöglichen Superschuss. Und der unmögliche Superschuss ist ein Folgentitel, oder? Ja. Der unmögliche Superschuss. Der unmögliche Superschuss. Wie hieß es nochmal? Kickers und das andere? Tsubasa, ne? Tsubasa? Nicht Tsubasa von Kickers. Ne, Kickers waren ja Gregor und Kevin und so. Das waren die Deutschen. Das war doch auch immer so, dass die berghoch gelaufen sind, ne? Die mussten erst immer eine Folge lang... Ich habe das nicht gesehen. Das lief auch... Hast du nie geguckt? Mann, ich habe Kicker geguckt. Ich bin... Du hast nie die Kickers geguckt? Nein. Was? Ich kenne das nur von... Als ich älter wurde, dann die Leute über Kickers geredet haben. Wie war das in der Schule dann immer so für dich? Hat keiner da geguckt. Keiner hat Kickers geguckt? Kickers war kein Thema. Ja, oft war auf jeden Fall in einer Folge mussten die den Berg hochrennen, um das Tor irgendwann zu sehen. Und wenn du das Tor siehst, konntest du schießen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Beim unmöglichen Superschuss. Die haben da... Tim, das kannst du dir nicht vorstellen. Die haben da ein Trara gemacht um den unmöglichen Superschuss. Die haben da was aufgebaut im Tor und das war so eine Konstruktion, wie so eine Torwand. Und du hattest halt in der Mitte ein Loch und du musstest dann vom Mittelkreis in dieses Loch treffen. Und wenn du das schaffst, dann kriegst du ein E-Auto. Und es war aber nur... Wie groß war das Loch? Ja, so wie so ein Glory Hole oder so. Dann passt da kein Ball durch. Ja, kommt drauf an. Auf jeden Fall war das unmöglich, das Ding da reinzutreffen. Und das Größte, was mich an der Sache so genervt hat, es gab nur eine Person, die das machen durfte. Und die haben da alles aufgebaut. Die haben zehn Minuten... Wir hatten einen Schuss gehabt. Es gab einen einzigen Schuss. Das war der unmögliche Superschuss. Moment, der hat ein Mann. Einen Schuss von der Mittellinie muss ein Glory Hole-großes Loch im Tor treffen. Und dann war das vorbei. Und wenn er es nicht trifft, ist es vorbei. Dann war das Spiel vorbei. Dann haben die alles wieder abgebaut. Und Radio 21 hat noch Werbung gemacht. Niemand wird das ein Scheiß. Das E-Auto gibt es gar nicht. Der unmögliche Superschuss. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Hannover. Ist der Name aber Programm. Ja, ja, absolut. Absolut. Also keiner wird jemals dieses Auto gewinnen. Schminkt es euch ab. Aber ihr könnt euch bewerben bei Radio 21 für den unmöglichen Superschuss. Zweite Halbzeit. Ich war noch kurz... Also als der unmögliche Superschuss natürlich nicht reingegangen ist... Habe ich meinen Autoschlüssel rausgeholt, schon mal aufgeklickt, wollte los. Habe dann gesehen, im Gästeblock werden Fahnen hochgezogen. Und das ist ja meistens ein Zeichen dafür, dass es noch mehr unmögliche Superschüsse gibt. Und da hat Kaiserslautern über den ganzen Block erstmal einen weggefackelt. Das sah natürlich auch optisch bombastisch aus, ist ja klar. Bietet sich auch irgendwie an in Hannover. Und plötzlich war es dann so, dass ein... Es war auf einmal ein ganz anderes Spiel. Man kennt das, ne? Ja, ja. Spiele, die auf einmal ganz anders sind. Und du bist ja emotional so da drin, also als Lautern-Fan, und denkst dir, ja fuck, heute sind wir irgendwie nicht so gut. Und dann war es so, dass Kaiserslautern mal richtig losgelegt hat. Die haben dann da aufgespielt, nach der Ecke das 1-1 reingeknallt. Und haben das Ding dann da gedreht. Und dementsprechend kannst du dir vorstellen, was da im Gästeblock los war. Wirklich, zweite Halbzeit, bombastisch guter Auftritt. Das wundert mich, dass so ein Auswärtssieg von Kaiserslautern so euphorisiert. Denn, ich habe das Spiel ja nebenbei so ein bisschen im TV verfolgt, die haben in der ganzen Saison noch kein Auswärtsspiel verloren.